jo freunde was geht ab willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar letztens in den letzten videos habe ich euch ja gesagt dass einige von youtube auf jeden fall ausgegrenzt werden wie zum beispiel katja krasewitsch oder ein mois die regelrecht von youtube einfach aussortiert werden sollen und jetzt kommt das ganze auch noch dazu dass instagram einige ja nicht mehr auf ihre plattform haben möchte unter regelrecht gegen die user vorgeht und zum einen wurde ihr kanal einfach gelöscht es geht jetzt um katja krasewitsch ihr instagram account wurde auch einfach gelöscht wie der youtube account und ja nach mehreren tagen hat sie ihn auf jeden fall zurückbekommen jetzt ist es aber so und dass einige funktionen immer noch eingeschränkt sind respekt an dieser stelle auf jeden fall für katja dies in den trends auf 1 gegangen so lange das musikvideo noch online war ich kann das ganze euch mal einblenden hat noch ein screenshot davon einfach so neuerstetten account ohne abonnenten ist echt zu heftig ja das ganze wurde dann natürlich nach einem tag entfernt und jetzt wenn ihr mal in instagram reingeht und nach katja sucht dann werdet ihr nichts mehr finden in der suchleiste wenn ihr den kompletten namen auch genauso ein gibt kommt sie nicht ihr müsst erst mal ganz nach unten scrollen ok und ganz ganz unten ist ihr name so dass man sie einfach nicht mehr findet jetzt hat sich die ganze sache schon ein bisschen gebessert wenn ihr den namen ein glück da kommt ihr so als 1 2 3 4 5 6 7 an achter stelle ist trotzdem noch heftig also regelrecht ausgegrenzt ist schon heftig ich habe sie selber am anfang gar nicht gefunden ich kann es mal einblenden ich bin nur auf eine fanpage gegangen und dann auf die instagram story und diese fanpage hat katja markiert so konnte ich dann auf den beitrag gehen bis heftig regelrecht von diesen plattformen aussortiert die möchten einfach nicht mehr dass solche leute da ihren platz finden ja das ding an youtube ist zum beispiel dass einfach eine monopolstellung hat ich meine dort muss man seine videos hochladen wo wollt ihr sonst es gibt derzeit keine alternative wo man das hochladen kann dass instagram auch gegen solche leute vorgeht ist schon heftig ich meine diese halb nacken bilder steckt mittlerweile jede zweite frau rein und ist schon irgendwie ganz normal geworden da müsst ihr ja jeden account da gibt es auf jeden fall deutlich schlimmerer bilder also wie gesagt eben selber wenn ihr durch instagram durchgeht das ist schon voll damit ist meiner meinung nach echt heftig schreibt mir in die kommentare was ihr dazu meint ist berechtigt dass eine katja von den plattformen verbannt werden soll dass ein moister verbannt werden soll ich meine eben wurde der abo button auf youtube einfach entfernt dass ihn keiner mehr abonnieren kann ist und es ist schon das ist schon heftig also ich finde es auf jeden fall zu heftig wenn sich daran was ändern sollte oder so gebe ich euch auf jeden fall bescheid wenn das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten video